Herzlich Willkommen bei Salyol, heute im Außeneinsatz bei einem Partner von uns, der Firma Kubi-Wendt. Ihr kennt ja alle das Extra, unser Sitzkissen, auf dem kann man sehr bequem sitzen, sehr angenehm, sehr schön weich, gibt eine schöne Wärmereflektion. Was wir jetzt aber auch geschafft haben, dank des Partners, ist es, ein eigenes Kubi-Wendt in Seitkissen zu entwickeln, mit den speziellen Kubusen. Und hierzu, wie die funktionieren, wie sowas zusammengebaut wird, sieht man hier auch hinter uns. Die Dame setzt hier diese kleinen Kubusse ein und mir gegenüber sitzt auch die Frau Fischer, Produktmanagerin von Kubi-Wendt. Und ja, hier würde ich mal gerne vorhin hören, wie funktioniert das? Was sind das für Kubusse? Also die Würfel, die werden speziell in ein Gitternetz eingesetzt und mit dem patentierten Würfelsystem ist es halt eben so, dass die Kubi-Wendt-Buruchte ein optimales Mikroklima schaffen und die Druckentlastung auch optimieren. Jetzt sind Sie dran. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie schön man auf so einem Kubi-Wendt-Inside-Kissen sitzt, dann bestellen Sie doch eins. Fragen Sie es an bei uns oder schauen Sie mal auf www.salyol.de. Tschüss. Tschüss.